Der ist doch schon längst tot. Oh, der lebt. So, okay, okay. Ähm. Hm. 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 So langsam freuen sie sich alle an mit uns. Die geht einfach weg. Oh, oh, da ist der Truck. Wo ist Pete? Wo ist Pete? Der ist tot, oder? Ich meine, er war... Er war sowieso im Eimer, als wir ihn verlassen haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe kein gutes Gefühl dabei. Überhaupt nicht. Wir suchen jetzt nach Pete, oder was? Eine Blutspur. Oh ja, eine Blutspur. Hinter diesen Felsen. Oh nein. Oh, ich will das gar nicht sehen. Ich habe Pete gemocht. Es ist Pete. Das ist Pete. Oh mein Gott, das ist ja das brutalste Ende. Oh mein Gott. Was? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn passiert? Er hat geschossen. Was? Er wurde erschossen? Er hatte keine Schäden. Wer hat das gemacht? Oh Mann. Er hat einen Headshot bekommen. Kommt mal, Mann. Ach ja, Nick. Ob die passen mir noch auf? Hoffe ich. Scheiße. Er hat einen Headshot bekommen. Irgendjemand hat ihn umgebracht. Also, ich weiß nicht, ob er da schon verwandelt war. Er wollte dich sehen. Das letzte Sache, was er gesagt hat, war, dass er dich zu dir sagen wollte. Fuck. Tut mir leid. Ich war das jetzt nicht gut. Absolut. Sorry, du willst immer noch mit uns kommen? Ja. Look, I know we got off to a rough star. And I can't make any promises it won't get rougher. But we all know you now. We may not be perfect, but we look out for each other. I have to look for Krista. She was headed north, right? Yeah. So are we. Look, you're gonna have a better chance of finding her with us than on your own. Passt mir ganz gut. I figure we got about four or five days to reach those mountains. Now, if they're tracking us, we should be able to lose them up there. Five days? Das hätten wir Nick nicht sagen sollen, ne? Der ist ganz schön down jetzt. Aber ich fand's die beste Antwort, ehrlich gesagt. Fünf Tage später. Passt mir ganz gut. Sind wir jetzt raus aus diesem verdammten Wald? Alle voll fertig. Oh Mann. Es kommt da der nächste Wald. Ich fass es ja nicht. So ein Spaziergang über fünf Tage mit einer Schwangeren. Weiß ich nicht, ob das so gut ist. So Clementine, zeig mal. Du bist die Anführerin. Okay. Was haben wir denn da? Okay. 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 Gut, gut, gut. Das wäre die Brücke. Was kann man denn noch gucken? Da ist nix. Oh, nix. Hm. Hier war doch noch irgendein. Ah. Jo, hallo. Hier ist ein Liff oder was. Ein Liff? Das muss das Ski-Resort sein. Aha. Sah auch so aus. Becker und ich waren einmal. Es war nicht schön. Es war nicht schön. Eine Skihütte. Wahrscheinlich, ja. Wir müssen diesen Brücke überraschen. Lass uns. Halt mal. Wir können nicht alle über das Skihütte gehen. Wir sind da draußen. Wir werden da draußen befassen. Gehen über die Läge wird zu lange. Genau. Aber wir haben keine Ahnung, wer da ist. Ich werde überraschen und sicher, dass es klar ist, bevor wir die ganze Gruppe überbringen. Mm-hmm. Du denkst, dass die Gruppe überraschen ist eine gute Idee? Ich habe nie gesagt, dass es eine gute Idee ist. Aber es ist besser als zu riskieren, dass alle es einmal zu tun hat. Okay. Was ist dein Plan? Clem und ich können überraschen, langsam und sicher, dass niemand uns auf der anderen Seite warten. Wir haben eine schwierige Zeit, um mich zu zurück zu kommen. Wir werden einfach zurück, wenn es sich zuhörig. Clementine sollte hier bleiben. Sie ist... Sie ist was? Sie ist nur ein kleines Mädchen, Luke. Sie ist ein kleines Mädchen. little girl. Ich meine, hell. If she can sew up her own arm, she's fit to cross a bridge. I can do it. See? No problem. It's gonna be fine. Okay, we'll see you guys in 10 minutes. Just watch for a light at the far side. I can go too. You stay with the group. I'm fine, Luke. I don't like this. Yeah, well, when's the last time you liked anything, Carlos? If something happens, I'll cover you. Come on. Okay, wir gehen also zu zweit. Hey, sorry about that. I just... I could really use your eyes and right now I don't trust Nick to tie his own shoes. They're just still on edge after the Carver thing. It's been five days. Why would Carver still be following us? Was haben die gemacht? Was ist das die most important thing in this world? Family? Oh, what does everyone want? Family. It's a tough world out there without people you can trust. Huh. Anyways, you can ask Rebecca, okay? I'm not gonna get in the middle of it. We've all made mistakes. Done things that we regret. It's not my place to talk about someone else's past, you know? Seems like we're already in the middle of it. Tell me about it. Okay, was geht denn da hinten ab? Oh, zwei Kandidaten. Wir sollten nicht Hilfe holen? Was denkst du? Schnappen wir sie uns? Komm. Ich kriege mal doch locker hin, die beiden Flachpfeifen. Ich nehme den großen. Du gehst shorty. Du gehst shorty. Ich wünsche, wir können Schäden benutzen. Wir sollten okay sein. Ich nehme den klar. Ich nehme den kleinen. Gut. Let's do it. Wir wollen uns ja nicht übertreiben jetzt, ne? Wir haben unseren Hammer dabei. Sehr gut. Wir könnten auch den großen. Nein, wir nehmen ihn. So, tschüss. Na, alles gut. Wo ihr mich eingesperrt habt, Freunde. Ja, weißt du noch? So. Und einmal nach rechts. Und weg damit. Tschüss. Das wird noch unser großer Bruder, glaube ich, oder? Über die Brücke. Okay, Trophäen. Wir sammeln hier Trophäen ein ohne Ende. Gefällt mir gut. Okay. So. Was jetzt? Da hinten kommt doch schon wieder Ärger. Ich wollte es schon gerade sagen. Der sieht aber ein bisschen aktiver aus. Und da hinten kommen auch noch welche wieder. Ja, ja. Du hast eine Machete, Mann. Jetzt mach was. Oh, oh. Oh, oh. Ähm. Komm her. Okay. Oh, oh. Oh, oh. Oh, shit. Immer aufs Bein. Da kommen wir dran. Und auf den Kopf dann. Let's go. Komm, 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 komm. So viel Zeit haben wir nicht diesmal. Uh. Na, das war knapp. Wir haben ihn nicht mal umgebracht. Nein, Mann. Unser Hammer ist weg. Nein, 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 nein. Nicht fallen. Alter, Luke, komm uns helfen. Luke, komm her. So. Ja, da kriegen wir es auch alleine hin. Ja, komm, schubsi mal, schubsi. Schubsi runter, oder? Äh, ach so, hier. Ich dachte gerade, was kann ich machen? Äh, immer. Ja. Erstmal schubsen. Dann auf den Kopf. Nice, Clementine. Nice. So, gefällt mir das. So, und jetzt helfen wir ihm. Äh, wir schlagen ihn erstmal auf den Kopf. Jetzt hat er ein bisschen Ruhe. Oh. Fallbrustig runter, Mann. Okay. Okay. Oh, oh. Das war aber ein knappes, äh, Kiste, äh, Kistchen. Aber gut gemacht. Aber unser Hammer ist weg, leider. Und seine Machete, ne? Na klar. Wir haben unsere Waffen einfach verloren. Mist. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber er hat, er hat seine Machete einfach mal wieder. Was soll das denn? Und ne Knarre hat er ja auch. Wer ist das? Ja. Ähm, wer, wer ist das? Ja, echt. Okay. 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 So ist es. Immer ehrlich bleiben. Was jetzt? Typ? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Sie sind alle das gleiche. Es ist eine große Migration der Dazed und Verlust. Hast du jemanden namens Krista gesehen? Krista? Vielleicht. Wirklich? Nein, ich meine, viele Leute kommen hier. Ich weiß nicht. Ich muss sagen, Sie zwei sieht aus wie Scheiße. Wenn Sie ein Essen brauchen, ich habe ein paar Kanten in der Station. Gut. Das ist sehr schön. Was ist das? Nichts. Ich habe viel. Okay, dann. Danke. Hey, kein Problem. Schön, dass ich hier freundliche Gesichter bin. Wie ich gesagt habe, ich habe Essen und Herzen in der Station. Und wenn du... ...wennst... ...wennst... ...wennst du... ...wennst... ...was zur Hölle macht er? Oh oh. Oh, was machst du denn? Nein! Nein, 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 nein. Er ist mit uns. Dick! Nein! Lass es runter! Nicht schreien! Alter! Sag mal! Kriegt der Nick eigentlich irgendwas geschissen? Was ist denn los mit dem? Das ist so ein... Oh, meine Fresse, ey. Ich fasse es ja nicht. Ich dachte erst, das ist eine Falle. Weil er hat das ein paar Mal erwähnt. So von wegen, hey, da hinten in dem Schuppen. Da gibt's Supplies und so, weißt du? Nein! 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 Ich dachte erst, er will uns eine Falle stellen, aber dann kam er mir doch recht sympathisch vor. Mal gucken. Wir gehen auf jeden Fall in das Haus rein. Konserven können wir gebrauchen. Ja! Ja! Ja, klar. Er hat vielleicht gelogen, stand da. Danke, Clem. Ich schaue trotzdem nach. Weißt du? Der eigene Mann sagt einem kleinen Mädchen, oh Mann, ey, aus diesem unbekannten Haus da hinten was zu essen. Ist das okay für dich? Mann! Kümmer dich um deine Familie! Wir reden mal mit denen. Alvin und Rebecca. Rebecca. Rebecca, bist du okay? Ich bin okay. Ich brauche nur ein bisschen Rest. Und etwas Essen. Alvin. Anscheinend braucht er Essen, wie es aussieht. Oh, mit Sarah kann man gar nicht reden. Das hätte ich jetzt mal vorgeschlagen, aber... Es ist nicht möglich. Alter, Nick. Der Nick. Ey, das ist... Ich fass es nicht. Ja. Ganz ehrlich. Ich musste meine Mutter töten. Hm. 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 Es klingt weird, wenn ich das auszuhören, oder? Hm. Luke hat mich immer geflogen. Ich wollte nie mit ihm gehen. Ich erinnere mich mit ihm. Ich erinnere mich, als er mich auf dem. Sein großen Plan. Einfaches Plan. Kei Sabirin. Er hat einfach gesagt, Nick, wir fangen in der Nacht. Und das war das. Nach sechs Monaten waren wir geschlossen. Aber ich weiss nicht. Wir hatten Spaß. Ich wünsche, ich war wie er. Ich wünsche, dass ich einfach immer gehen könnte. Ich wünsche, dass ich einfach immer weiter gehen könnte. Ich bin einfach nicht. Ich bin so gebaut. Absolut nicht. Ich bin sicher, dass sie mich gerade sprechen. Schau. Er ist ein gefährlicher zu der Gruppe. Wer war der Mann? Ich wünsche mir. Es war, dass er ihr euch aufhört hat. Ich dachte, er war mit Carver. Er sah nett. Ich habe keine Ahnung, Mann. Was ist denn deine Uhr? Oh. Toll. Alter. Was kannst du eigentlich? Ja, und wir gehen in die Hütte und holen das angebliche Essen. Da bin ich mal gespannt. Weil wenn er uns belogen hat, hat Nick alles richtig gemacht. Aha. Also da stehen auf jeden Fall ein paar Dosen. Vielleicht hat er nicht gelogen. Leere Dosen. Truhe. Okay, wir schauen uns erstmal um. Natürlich. Bevor wir die Truhe öffnen. Leere Dosen. Ähm. Feldmesser. Ja, absolut. Anschauen. Radio. Oh, oh, oh. Ja, erstmal das Radio. Okay, wir stellen es direkt an. Es ist kaputt. Natürlich. Ich glaube, er hat hier gelebt. Okay, er hat hier alleine gewohnt. Was hat er hier gemacht? Was hat er hier gemacht? Okay, das Ding, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Dieses Feldmesser. WM. WM. Was heißt das? Weltmeisterschaft. Das ist das Weltmeisterschaftsmesser. Ich habe es gefunden. Ja, dann behalt's. Sehr gut. Dann haben wir eine neue Waffe. Unser Hammer ist ja weg. Leere Dosen erstmal. Ich hoffe in der Kiste. Ich hoffe sehr. Wir schauen uns. Wir können ihn mit dem Messer aufmachen. Ich hoffe, das Ding zerbricht nicht direkt. Bitte, bitte zerbricht nicht. Ich bitte dich. Es scheint ein stabiles Messer zu sein. Und da ist Essen. Aber viel ist das jetzt auch nicht. Der Wizard's Gambit. Der Rebellman. Mhm. Okay, aber die Dosen sind interessant für uns. Ja, jetzt kommt sie rein. Man. Und ich dachte, wir hatten eine Bedeutung. Schau an diesen Dump. Ich glaube, er hat Essen. Mann. F***, Nick. Nick hat viele seine Leute verloren. Das ist sicher. Aber das gibt ihm keine Entschuldigung, zu starten, Strangere zu schießen. Er hat versucht, uns zu helfen. Ja. Und jemand stirbt. Ich bin kein Jurgen. Aber das ist ein Geräusch in meinem Buch. Ich meine. Habt ihr noch jemanden wie so etwas machen? Viele Leute. Ja, viele Leute. Ja, aber momentan ist es leider so. Er nimmt sich die Pieches. Alles klar. Genau. Ja. Aber nur weil sie schwanger ist, gebe ich ihr das Essen. Ganz ehrlich. Was denn? Was ist denn jetzt los? Naja, gut. Das sind Zombies. Also, Walkers. Okay, let's go. Und tschüss. Ja, die Schüsse haben sie wahrscheinlich angelockt. Wir laufen hoch. Alter, dieser Aufstieg. Da hätte ich ja richtig Bock drauf. Vor allem die Schwangere. Das glaube ich. Okay. Ich gehe mit dir. Mhm. Mhm. Was bin ich ein Affe? Ja. Ja. Wir gehen trotzdem hoch. Ist ja okay. Okay. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um, was wir hier so finden von da oben. Danke. Das macht mir sehr viel Hoffnung. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Ja. Ja. Wir gehen mal hoch. Oh mein Gott. Okay. Wir schauen uns oben um. Wir sind gleich da. Wir sind ein starkes Mädchen. Wir kriegen alles hin. Wir brauchen keine Hilfe. Hier ist ein Vogel. Na du? Bist ja gar nicht schreckhaft. Kann ich nicht streicheln kommen? Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ah. Siehst du nichts? Ich kann die Brücke sehen. Oh. 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 Hallo? Das sind irgendwelche Leute. Komm schon. Komm. Oh. 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 Kenny. Das ist Kenny. Oh. Sofort. Wie geil. Kenny lebt. Ich wusste, in der ersten Staffel ist er abgehauen. Also man hat nicht gesehen, dass er getötet wurde. Ach krass. Oh, ist ja schön. Ein bekanntes Gesicht. Auch wenn er teilweise ein Penner war. Aber hey, es ist Kenny. Oh, ich habe gerade Gänsehaut. Oh, wie gut. Der Kenny. Das war in der Vorschau. Deswegen hat sie gesagt, du bist nicht tot. Oh, 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 oh. Alte Freunde, ja. Oh, Kenny. Oh, Mann, Mann, Mann. Krass. Den habe ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Null. Also, ich habe gar nicht mehr an den gedacht, ehrlich gesagt. Ah, einen hübschen Bad hat er bekommen. Gefällt mir. Aha. Nice. Wow. 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 Hier läuft sogar eine Musik drin. Got it. Ja. 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 Die Musik. Wer kommt denn da jetzt rein? Achso. Dad, schau. Ein Weihnachtsmus. Nicht noch, Sarah. Ist das nicht groß? Wir haben alles gefunden. Es ist unglaublich. Und die Waffe wird hingelegt. Kenny vertraut uns. Natürlich vertraut er uns. Hallo? Wir haben einigen Scheiß mitgemacht zusammen. Ja, legt alle eure Waffen ab. Alle bitte ablegen. So ist schön. So ist gut. 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 Wenn ihr alle folgt, dann zeige ich euch, wo ihr schlafen könnt. Oh. Der Kenny. Nicht schlecht. Oh, man. Lieb er mir lieber. Aber Kenny geht auch. Oh. 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 Jetzt. Jetzt. Jetzt muss sie wahrscheinlich an Lee denken, oder? Oh. Er weiß es nicht, ne? Doch er wusste es. Hm. Ist wegen mir gestorben. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es es. Der Mann hatte ein Feuer in ihm. Das ist sicher ein Scheiß. Oh ja. Hell. Er war ein helles Mann. Wenn mein Sohn... Er erinnerte ihn. Ich werde das nie vergessen. So war er, der Lee. Eine Legende. Eine Legende. Eine Legende. Ähm. Ja. Ich war mit Christa und Omid. Omid? Na ja. Christa und ich waren zusammen. Aber diese Leute haben uns gefangen. Sie ist weg. Es klingt, wie es dir nicht einfach war für dich. Ich bin sorry, darling. Ich wünsche, dass ich dich schneller gefunden hätte. Ich habe dich schneller gefunden. Aber alles wird jetzt gut sein. Wo warst du? Wo warst du? Oh hell. All over. After Savannah. Wie warst du da raus? Für einen Grund habe ich versucht, zu retten zu retten, Ben. Dann hat es sich in eine verdammte Kluster geworden. Ich konnte nicht dem Kind helfen. Aber ich wurde raus. Lange Geschichte kurz. Ich wurde glücklich. Real glücklich. Ich habe lange Zeit alleine. Und dann habe ich Sarita kennengelernt. Danke Gott. Gott, es ist großartig, dich zurück zu haben. Du zwei befestigst? Clem? Das ist meine Frau, Sarita. Nicht sie schön? Das stimmt. Hey Walt, wo ist Matthew? Ist er noch da rum? Natürlich ist er. Na ja. Ich beginne. Ich beginne. Clem? Das hört sich sehr gut an. Carlos, oder? Geht mir, wenn ich deine Tochter für eine segreste Mission stehe? Hm. Bleib in der Zeit, Sweetie. Können wir was tun, um zu helfen? Wir können eine Hand außerhalb. Wir haben viele Supplieren, bevor der Sturm eröffnet. Klar. Clem? Warum nicht Walt mit dem Essen helfen? Hm. Okay. Klar. Wir dürfen wieder in die Küche, weißt du? Kenny. Einfach Kenny. Sehr, sehr geil.